Hallöchen und willkommen zurück hier bei Castle Strike. Jetzt bedeutet das Angriff für uns. Los, einmal hier, ähm, ja. Gruppe 1 und hier einmal die Gruppe 2. So. Und es geht los. So, Gruppe 2 hinterher. Ah, die können ja richtig rennen hier, du. Scheiße. Die Wogenschützen sind noch nicht bereit. Ja, wir müssen jetzt langsam vorgehen, ganz langsam, aber nichts bedacht. Und immer schön hinterher setzen. Und immer erst am besten laufen lassen, wenn die hier stehen. Und dann immer so im, äh, ja. Jetzt wird die 1 laufen lassen. Was, wir werden angegriffen? Wie? Wo? Ach, da ein paar Wogenschützen. Ah ja, okay. Kurz einen Prozess gemacht mit denen. Solange die Siedlung nicht brennt, ist alles in Ordnung. Das wäre es jetzt, wenn sie mir jetzt hier einen Strich durch die Rechnung noch machen. Gerade bei unserem Angriff. So, dann lassen wir die vorlaufen. Und die anderen lassen wir noch hinten warten. Bis die stehen. So, und setzen die hinterher. Oh, jetzt haben wir vielleicht mal eine Chance mit unseren Kanonen, dass wir hier was erreichen. So, sobald die stehen, werden wir... ...wieder mit unseren Nahkämpfern losraschieren. Dann kann uns normal nix passieren, oder? So, und du den Teersatz. Wie, wir werden angegriffen. Heilige! Leck mich am Arsch! Das darf doch nicht wahr sein, oder? So, einfach hier warten jetzt. Hier kommt erstmal die Welle von denen. Holy fucking shit. Aber wir haben ja Kanonen, also... So, das war schon mal gut, was wir jetzt hier gemacht haben. Aha, jetzt werden nämlich erstmal die ersten Gebäude zerstört. Sehr schön. Sehr gut. So, schön gemütlich. Ohne Stress, dieses Mal. So, wir setzen die Nahkämpfer nach vorne, dass die anderen geschützt sind. Und setzen dann wieder mit unseren... ...Fernkämpfern gleich nach. Oha! Fernkämpfer hier rein. So. Scheiße, ich glaube, ich war zu langsam. Egal. Es geht weiter. Okay. Nee, es sieht gut aus. Okay. Okay. So, die Kanonen... Ja, die arbeiten gut. So, sehr schön. Vielleicht die aufhalten hier wieder. So, gar nicht arg nah und uns ranlassen. Wir haben auch noch... Wir müssen unsere Nahkämpfer nach vorne schicken. Die restlichen, die wir haben. Jetzt kommt man nämlich eigentlich von hinten. Ah, die scheiß Burg hier. Ja, im Prinzip haben sie aber nichts mehr. Also schon angreifen werden sie nicht mehr. Das wird dem ganz schönes Wehtun hier. So, und die Türme werden auch zerstört da oben. Jawohl. Hier ist schon mal ein bisschen was gefallen. Das ist aber noch nicht alles hier. Oh je, da geht's noch ziemlich weit. Schießen die von so weit da hinten? Echt jetzt? Okay. Haben wir noch eins? Was? Auf der eins stehen? Gar nichts mehr. Der lohnt unsere Kanonen. So, die setzen sich nach vorne fort. Scheiße. Vielleicht sollte ich mal einen Rückzug machen, einen kleinen. Einen kleinen Rückzug. Scheiße, eine Kanone haben wir verloren. So, jetzt bleiben sie hier erst mal. Wir werden jetzt hier verteidigen. Den Angreifer. Ach, scheiße. So. Ist er gestorben? Nee. Die sind alle noch aktiv. Okay. Der Priester heilt sie alle hoch, hoffentlich. Jo, er schafft's. So, jetzt zerstören sie hier erst mal ihr ganzes Haarpunkt gut soweit. Hier bleiben sie jetzt erst mal stehen. Scheiß Priester, ey. So, hier kommt jetzt erst mal keiner mehr durch. Oh Gott. Okay. Jetzt müssen wir eigentlich wieder genug Soldaten haben. Jawohl. Nahkämpfer haben wir einen Haufen. Warte mal, ich glaube, hier sind... Nee. Schießen sie? Doch, einen. Gut, der kommt da rüber, natürlich. So, dann brauchen wir hier natürlich mal wieder Belagerungswaffen. Jetzt haben wir halt keine Kanonen. Das hier geht zu den Schießenden. Ist ja klar, da brauchen wir noch zwei Priester irgendwann mal. Scheiße, haben wir jetzt vergessen zu machen. Mist. Egal, hier sind erstmal... Das hier sind unsere Schießenden. Das hier sind unsere Nahkämpfer. Oh man, wie peinlich. Voll wenig Nahkämpfer, man. Dafür umso mehr Fremdkämpfer. Egal. So, jetzt machen wir alle davorstecken. So. Die lassen wir trotzdem mal hier. Ja, wir haben ja noch einen Priest übrig. Ist auch gut. Könnt ihr mal ein Stückchen weiter nach vorne setzen. Ey. Ich wollte mich... Na. Könnt ihr dich bewegen? Ah, jetzt. Wieso? Ah, da fehlt uns einer. So, auf Verteidigung. Oben war noch ein Schütze. Ich glaube, wir müssen dann von hier drüben vielleicht kommen. Wollen wir vielleicht sagen, okay. Die lassen wir hier stehen als hinteren Schutz. Mit dem Zweier gehen wir dann... Naja, gut, okay. Dann machen sie es halt so jetzt. Oui, de suite. Jetzt müssen wir die Putze da rüber, wenn sie durch dürfen. Man haben die Pestkrank, ey. Das ist nicht mehr normal, oder? So, die Arbeiter. Genau. Die müssen wir auch mal töten. Die müssen wir auch mal töten. Die Leib eigenen. Ach, scheiße. Ist schon wieder einer krank hier von denen. Wo wir auf Gebäude angreifen, so. Jetzt kommen wir alle da rüber, komm. Das ist mir zu angreifbar von hier. Die scheiß Kanonen hier oben. Guck mal, hier ist das Hauptgebäude. Kommt, zerstört doch hier alles. Was macht ihr? Genau. Jetzt geht's ab. Was schießen sie? Was hier um sollten sie schießen? Okay. Hat sie es soweit erledigt? Schauen wir mal alle hierher, damit sie aggressiv... ...gegen sie vorgehen können. Wir setzen alles auf aggressiv jetzt. Das ist wild, um sie schießen hier. Ah, perfekt. So, das ist Hauptgebäude zu stirbt. Euer Auge merkt bitte hier rauf. Oh, scheiße. Ich sehe schon die Soldaten. Einer. Da fehlt auch einer, Passagier. Da ist noch ein Stromschützer. So, jetzt hier haupt, ihr haupthaus zu stören. Auch mit den Kanonen. Dann müsst ihr eigentlich gleich vorbei sein hier. Oh, wie energie hat's noch? Ah, ja. Wah, bald. Down. Six feet under. Ich glaube nicht, dass es da hinten noch weitergehen wird, oder? Hat der nur geheißen, die Burg zu stören? 4.822. Ah, komm schon. Wie oft das hier gehen? Du auch. Und? Yo. Ich mach euch fertig. Los, da ist die Schlampe. Wo ist jetzt? Ja. Komm, schützen. Ah, jetzt haben sie zugemacht. Ah, die verdammten... Da leckt mich doch am Arsch. Wo sind meine Kanonen? Los, Löcher da reinballern. In die scheiß Wand hier. Wo ist sie doof, Saug? Wo ist sie jetzt? Da ist sie. Ja, wir haben sie. Ja, aktuelle Partie beenden. Wir haben sie geschafft. Die blöde Sau, ey. Heilige Scheiße. So. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Part. Oh, bei der nächsten Mission. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Tschüss.